Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Expeditionskoordination anzunehmen bei Toddy Schnurrbart, in Sturmwind, an dieser Position. Vorquest war Einladung der Aspekte. Wo ist die Quest? Da ist sie. Und man soll jetzt hier verschiedene NPCs rekrutieren. Ich zeige euch natürlich wo die sind und ich hoffe auch, dass mein Video euch irgendwie helfen wird. Als erstes im Zwergendistrikt. So, ihr werdet automatisch abgemountet, wenn die Wind in die Nähe der WMPCs kommt. Finde ich sehr gut gemacht von Blizzard. Sprechblase anklicken. Und ihr seht, ich kann auch nicht aufmounten. Ich muss ein bisschen weglaufen. Und dann geht es weiter in den Handelsdistrikt oder wie der heißt. Ich glaube, Handelsdistrikt, oder? Die Kanäle. Der Handelsdistrikt. Geht sie nach unten. Hier dürfen wir mit diesem NPC quatschen. Der Wolf fährt. Welch Blase anklicken. Wieder ein bisschen weggehen. Und jetzt geht's zum letzten NPC. Es könnte sein, dass ihr da ein bisschen vorsichtig sein müsst. Denn wenn ihr zu schnell seid mit eurem Flugmount oder Mount, kann es passieren, dass ihr vorbei schießt und eventuell in den Tod stürzt. Der Visier. Das heißt, wenn ich hier in die Nähe drüber fliege, werde ich abgemountet und falle runter. Deshalb zum Boden und so hinlaufen. Ist mir schon passiert. Ja. Halt. Habe ich vergessen. Weglaufen. Aufmounten. Überbringt die Nachricht von euren Erfolg bei Todi am Hafen von Sturmwind. Ja, im Cloudex heißt, das Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Todi Schnurrbart. In Sturmwind. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal anzuklicken und eventuell beizuschauen, wenn ich live bin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viele Folk. Ciao.